Informieren, bestellen, selbst verwalten. Der MEGA Online Shop. 24-7. 365 Tage im Jahr erreichbar. MEGA ist Ihr Großhändler für Sanierung, Renovierung und Modernisierung. MEGA Gruppe. Genossenschaftliche Tradition seit 1901. Heute an über 100 Standorten. Informieren Sie sich über Produkte und Konditionen, bestellen Sie schnell und bequem und behalten Sie alles im Bereich MEIN KONTO im Überblick. Suchen Sie Produkte über den Suchschlitz oder nutzen Sie die Navigation. Die Treffer können Sie über den Filter verfeinern. Mit einem Klick auf das Produktbild kommen Sie auf die Produktseite. Auf der Produktseite erhalten Sie wichtige Produktinformationen, Preise und Konditionen, Objektangebote, Abrufe und Staffelpreise, Produkteigenschaften, Datenblätter, Verfügbarkeit. Über die Buttons Lieferung und Abholung können Sie Ihr gewähltes Produkt in den Warenkorb legen. Bei Klick auf Abholung öffnet sich eine Übersicht, in der Sie einen unserer über 100 Standorte auswählen können. Gehen Sie mit der Maus über das I, um den Termin der Warenverfügbarkeit für den ausgewählten Standort zu prüfen. Im Warenkorb können Sie zum Beispiel die Lieferadresse oder die Menge ändern und den Bestellvorgang starten. Im Bestellvorgang können Sie per Rechnung, PayPal oder per Kreditkarte bezahlen. Überprüfen Sie alle Angaben Ihrer Bestellung und schicken Sie diese mit Kaufen ab. Ihr Auftrag wird direkt bei uns angelegt. Sie erhalten eine Bestätigungs-E-Mail und Ihr Auftrag ist sofort in Ihre Auftragsübersicht im Bereich Mein Konto sichtbar. Im Bereich Mein Konto sehen Sie in der Auftragsübersicht alle erfassten Aufträge aus den Standorten sowie die Aufträge aus dem Onlineshop, inklusive technischer Merkblätter, Sicherheitsdatenblätter und Lieferscheine. Außerdem sehen Sie Ihre Rechnungen und Preislisten und Sie können zahlreiche Einstellungen für Ihre Firma selbst verwalten. Die Funktionen Informieren, Bestellen und der Bereich Mein Konto sind im vollen Umfang ausschließlich für angemeldete Kunden nutzbar. Wenn Sie auch von diesen Vorteilen profitieren möchten, melden Sie sich jetzt kostenlos im Mega-Onlineshop an. Jeder Kunde der Mega benötigt ein persönliches Kennwort, das Sie wie folgt bekommen. Klicken Sie auf der Anmeldeseite auf Haben Sie Ihr Kennwort vergessen und geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein. Sie erhalten eine E-Mail mit allen nötigen Informationen zur Anmeldung. Wenn Sie keine Kundennummer bei der Mega-Gruppe besitzen, können Sie auf der Anmeldeseite schnell und einfach die Einrichtung eines Kundenkontos beantragen. Über 75.000 Artikel verschiedener Hersteller und Marken und immer top aktuelle Preise. Handeln fürs Handwerk – dafür steht die Mega-Gruppe. Übrigens, der Mega-Onlineshop ist von überall zu erreichen.